hallo ihr lieben willkommen auf meinem youtube-kanal ja wie vielleicht heute schon gesehen hat zeige ich euch heute einfach mal was in meinen zwei beauty adventskalendern und so an unter anderem mein maybellin adventskalender und dem 2k beauty adventskalender und ja okay ich weiß das video kommt jetzt etwas verspätet weil der 24 dezember schon etwas her aber ich hoffe das stört euch nicht aber das video kommt ich habe es euch versprochen und hier ist es und grüßung kommt heute wieder zum schluss und ja ich zeige euch habe ich das schon gesagt die türchen 15 bis 24 und jetzt und jetzt geht es endlich los und ganz viel spaß beim video und jetzt geht es endlich los 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.